Musik Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie hier gemeinsam mit dem Herrn Schrapko vor der Schauhöhle Herbstlabyrinth begrüßen. Wir haben in den Jahren 2006 bis 2009 bis zur Eröffnung am 9. Mai 2009 gemeinsam dieses Projekt gestartet, letztendlich auch zu Ende geführt und mittlerweile zu einem Aushängeschild der Schauhöhlen-Technik in ganz Europa an den Start gebracht. Und viele Schauhöhlen haben nachgerüstet, wo die Firma Cave Lighting federführend gewesen ist. Und wir waren damals froh, dass wir mit dem Herrn Schrapko einen kompetenten Partner bekommen haben für die Beleuchtungstechnik, aber auch für die Technik, was die Stege und Treppen anbetrifft. Also eine tolle Sache. Ich kann nur wieder für Werben bei uns sagen, wir hatten hier einen sehr, sehr kompetenten Partner, der uns hier weitergeholfen hat und wirklich die Schauhöhle zu einem Aushängeschild für die komplette Region gemacht hat. Ich bin Alexander Hrabko von der Schauhöhle, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne. Und nach einem sehr schönen Gespräch von Herrn Lai, der Kampagne von der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne, ich möchte Sie in den tollen Schauhöhlen-Technik, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne, der Kampagne. Die Kampagne, die Kampagne schon so gemacht hat und die Kampagne, der Kampagne wurde nach. We supported this cave with this beautiful trail system made by FRP Materials. And we installed here the full dynamic LED lighting system, which was developed specially for the cave used by Cave Lighting Team. I would like to invite you to see this short virtual tour and see this beautiful cave as many thousands of visitors already visited the cave in the last 10 years. Hope to see you in Germany soon again. Bye-bye.